hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge Minecraft Island hier habt zwischen schon einige zeit um zwar massig zeit wie ihr seht heißt wir können jetzt genug leder herstellen bin auch der meinung wir nehmen die mal raus und setzen jetzt mal redstone ein davon brauchen wir eine davon das und das kann nämlich auch rauskommen wissen wir ja von redstone go 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 und wir sehen schon naja inzwischen dürfte er auch hier fertig sein nehmen wir hier unten jetzt haben wir schon als erstes machen wir den generator brauchen wir drei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn platten hämmern wir uns mal hämmern wir nämlich auch noch haben wir übern stack aber jetzt hier brauchen wir gar nichts dann 1 2 3 4 3 brauchen wir nur 1 2 3 dann machen wir als erstes den ofen natürlich wir wollen natürlich erst mal nur das eine solarpanel machen 5 sieben ja jetzt wirklich alle anscheinend er wird auch keinen neuen davon machen Was können wir für Ohr? Copper auf jeden Fall. Copper brauchen wir auf jeden Fall noch. Jetzt sieht man, wie schnell da er ist. Der jetzt hier in Führern ist. Den Ofen kann ich eigentlich schon machen. Jetzt brauchen wir die Tin. Ähm. Three. Schmeißen wir mal vier durch. Gut. Dann die beiden schnell. Dann das Kabel. Den Kabel haben wir ja leider nichts mehr. Den haben wir aufgebraucht. Copper Cable könnte aber schwer werden. Ja. Gut, dass ich da gerade geguckt habe. Die müssen wir dann auch nochmal... Das M2 wären, brauchen wir mindestens... Zwei wären das M4, 6, aus 3, 6. Ja. Brauchen wir auf Feuer. Mal gucken, wie lange es braucht. Auf jeden Fall, ja. Haben wir schon drei. Ý nasty. Vier. Zwei. Zwei. Fünf. Vier. слуш. Cutting, müsste es sein. Aber wenn es so irgendwie aussieht, wie Kabel machen, aber ist es ja wahrscheinlich was anderes. Ja genau, 3 kommt sogar raus, dass der Maschine stimmt. Egal, habe ich zwar jetzt so viel gemacht vom Koffer. Dann mit unserer 4 Wabba, das reicht nie und immer. Wabba. 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 Haben wir ein Generator schon mal? Klar, das müssen wir auch noch haben. Cool, das gucke ich gleich. 13, gut. 2 Stück. Was fehlt? Der natürlich. 2. Cool. Gut, Mace wette ich gleich. Und. Bitte, 3 haben wir. Von dem normalen noch. Oh, das Ding. Er wird wohl kommt leider auch mit raus oder leider werden wir noch brauchen. 1. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 6. 6. Und ab. Ins Bett. Und gucken, ob es funktioniert. So. Da brauchen wir natürlich eine French um das abzubauen. Ne, eine Omni French am besten. Um. Wetstone, Elektrikum und das. Places. 9. Was fehlt? 0. 4. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Den können wir rausnehmen. Gut. Damit haben wir ein bisschen aufgeräumt. Da ist noch Sulfur. Und... Bitte. Zehn davon. Kommt mal gleich mal reinpacken. Das, das, das. Alles auch reinpacken. Gut. Dann brauchen wir... Redstone und... 4 Redstone und Electrium. 40 und 2 Electrium. 20 L. Ich mach mal kurz Pause. Bis gleich. So, da bin ich wieder... Gut. Also 40 und 20. Elo. Okay, wir haben keinen Electrical Steel mehr. Wir haben keinen elektrischen Steel mehr. Müssen wir... 40 Stück waren es glaube ich, oder? 21. Silber und Gold. Silber und Gold. Und Gold machen wir natürlich auch gleich hier. Da sind zwar keine Dächtig da drin, aber wir brauchen jetzt ein bisschen... noch ein Block. Ausherten lassen. 0.20 Silber zwar, aber okay. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen aus. Noch. Und... Dann sind wir nämlich gleich auch am folgenden Ende. Das machen wir jetzt noch schnell. Dippsinn. Okay. 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 10 12 Mal gucken 14 16 18 Ja, reicht bei Weitner aus 22 haben wir jetzt davon, gut Redstone 40 Es scheint wieder länger zu dauern Fluid Transposer und Diamond Ich glaube, das wird heute nichts mehr Wir müssen auf jeden Fall noch einen Fluid Transposer machen Mal gucken Fluid Transposer Ein Eisen Maschinen Frame Davon war es 2 Copper Gears 1 2 Okay, Copper Gears hätte ich nicht gebraucht Vielleicht wird doch noch was Merkmal brauchen wir auch noch Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Maschinen Dann brauchen wir ein Eisen Maschinen Lead Davon haben wir erstmal genug Lead Ich glaube Shiny Inget war Lead auch Oder? Ne, zwar Das andere Swetten Ja Auf jeden Fall, dass wir den letzten Block gleich machen müssen Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall Es wird noch eine Ein paar Seitdem Abwürger Was ist es? , ich glaube, es war 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 los noch einen durchheizen am ende machen wir es mit induction schnutzmelder und so weiter, sie sind schneller lead bitte da ist der magma cruce bell magma cruce bell ah, inver nein, zwei inver perriest und iron eisen ... ... ... ... mal gucken wie viel wir in der zwischenzeit davon haben Und es wird heute eindeutig nichts, weil länger als 25 Minuten mache ich die Folge heute nicht. Ich werde es nicht planmäßig. Gut. Zum Glück geht das schnell. Zum Glück geht das schnell. Genau das. Komisch Ey, das wäre jetzt peinlich Zumindest den Fluid Transposer Das wäre Es wird nichts mehr, die Folge Damit beendige ich sie auch Gleich Schaut und bis zum nächsten Mal Euer Displaybar